Wohnst du hier? Auf dem Grießhaberhof. Ah. Und du? Bei den Hansens. Der Tierarzt. Herr Grießhaber hat gesagt, der wäre total hochnäsig. Finde ich nicht. Ist mein Onkel. Na, dann wirst du es wohl wissen. Und du hast ihn gefunden. Worum würdest du denn schon gehen? Fußballbildchen? Frauengeschichten. Dafür seid ihr noch viel zu jung. Der tauscht dir aus. Was? Der tauscht dir einfach alle aus. Die Kranken gingen nie gesunden. Und die sehen dann genauso aus. Mann. Nur noch drei Wochen Schule. Kannst kaum erwarten. Fährst du weg in den Ferien? Nö. Mama muss arbeiten. Und du? Du kennst doch Grießhaber. Der lässt meine Eltern nicht gehen, bis nicht das letzte Gänseblümchen in der Welt ist. Los. Mal sehen, wie schnell sie es schafft. Ich will rausfinden, welches unser bestes Trüffelschwein ist. Und dann? Dann gehe ich mit ihm auf die Suche. Wenn wir Trüffel finden, könnte ich Uma und Opa das Geld geben. Und sie bräuchten nicht mehr zu arbeiten. Tada! Wir gehen dir nach. Wir haben noch ein bisschen Zeit. Warum doch denn? Moment, nein. Stimmt irgendwas nicht. Ich will ja nicht belehrend wirken. Ob die Stunde fängt irgendwie gleich an. Dann überleg dir eine gute Ausrede für uns. Bis dann. Hi, Jessie. Hi. Du musst das Radlager schmieren. Habe ich geschmiert. Ja, ja. Sicher. Hat er wirklich? Pavel, lass. Hey, du machst mich ganz dreckig. Fick halt woanders. Wer ist das? Wer ist das? Das ist groß. Weißt du, so hat es mir viel mehr Spaß gemacht. Also mit dir anstatt mit Vincents. Mir auch. Alles gut? Ich weiß nicht. Ich habe irgendwie ein echt komisches Gefühl dabei. Okay. Danke. Du denkst doch, du bist unwiderstehlich. Was soll ich denn machen? Okay.